Hier gilt das Sprichwort, wenn der Heilige Hubert dir das gibt oder auch schenkt, dann sollte man das auch mitnehmen. Ruben, du hast einen 22 Änder geschossen, ich habe das alles gewusst, ich habe es dir nicht sagen wollen, du solltest der Realität in die Augen gucken. Ein sehr guter, ein sehr guter, starker Hirsch. Wenn er rauskommt und du den nicht erlegst, dann bist du selber schuld.